Hallo Leute, wir sind hier hoch gesegelt wieder. Wir können mal gerade auf die Karte gucken, dann seht ihr das. Hier oben sind wir angekommen. Wir haben die Richtung Uralten jetzt eingeschlagen und da wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwas entdecken können nach dem Logo. Bis gleich. So, dann wollen wir da mal die Richtung einschlagen. Hopp, da kommt schon einer. Da ist der nächste. Da sind die zwei nächsten. Kommen noch mehr oder waren sie es? Schauen wir mal gerade. Hier ist keiner, oder? Normalerweise ist doch irgendwie ein Unterstand oder irgendwie sowas hier, wenn die hier rumlaufen. Ist aber nichts. So, wie ist der Weg? Okay. Okay. Irgendwie muss man den ja locken. Na, oder wie war das, ne? Der läuft ja nicht hier so einfach rum. Auf jeden Fall war das bei Eidtürk so, ne? Ist das einer? Oder ist das ein Stein? Ne, ich glaube das ist ein Troll, oder? Auf jeden Fall habe ich was geschreien gehört. Ne, ist ein Stein, oder? Ich höre ein Skelett. Na ja, da vorne läuft auf jeden Fall schon mal jemand. Hier ist auch Kupfer. Da links ist ein Troll, oder? Ja. Ja. Noch sehe ich keinen. So, ich muss mal schnell hier rein scrollen. Kupfer. Aha, da ist was. Und da ist einer, der uns bewerfen will. Der ist weg. Okay. Kurz hier oben drauf gucken, ob irgendwo was ist, was Gefahr sein könnte. Aber ich sehe erstmal keinen. Da vorne war der Turm, wie gesagt. Ah, da hinten ist ein Spawner. So, jetzt ist die Frage, was wir da brauchen, ne? Haben natürlich nichts mitgenommen, ne? Vielleicht hätten wir die uralten Samen mal nehmen sollen, oder so, ne? Gibt es einen Hinweis hier? Verbranne ihren Nachwuchs. Was ist ihr Nachwuchs? Gute Frage, ne? Die uralten Samen? Wahrscheinlich Samen, ne? Steht hier noch mehr? Ne, ne? Verbrennen wir ihren Nachwuchs. Da sind zwei Rähe. Oder Hirsche. Mit habe ich nichts, oder? Ne. Also ich schätze mal, der uralte Samen, das ist das, was wir hier brauchen, ne? Wo ist der Turm? Der war doch hier irgendwo lang, oder? Was ist da dahinter? Könnte da sein, oder? Ne, hier sind mehrere Bäume. Wo ist einer? Ja, wo ist einer? Da. Oh, der Pilz blinkt, dann sollen wir den mal schnell essen, ne? Vielleicht essen wir hier mal was anderes. Steine, den können wir mal wegschmeißen. 4515. Vielleicht das essen. Ich habe doch eben hier einen Turm gesehen, oder? Da sind wir schon zu weit nach Dahl gelaufen. Hier lang müssen wir. Da ist er doch. Ich fange an zu frieren. Aber hier wird es ja wohl irgendwo ein paar Skelette geben, oder so, ne? Die werden ja jetzt hier kommen, oder? Da ist es schon. Jetzt wird es natürlich auch noch dunkel, ne? So ein Shit. Okay, da ist einer mit. Da kommt er. Da oben ist noch mehr. Oh, ist jetzt schlecht mit. Sag schon. Gucken. Wo ist denn die Leiter jetzt hier? Shit. Da ist er. Okay, erledigt. Ist hier eine Kiste, oder so was? Nicht wirklich, ne? Weiter höher steht, glaube ich, auch keiner mehr, ne? Wo ist jetzt einer herkommt. Hm. Ja, vorher Angst, ne? Und da. Da ist da. Na, kommen wir doch hier. Wir wollen keine Angst haben. Komm, erwischt, das war's oder, unsere Fackeln ist aber gleich alle. Das ist schon wieder schlecht, ich glaube wir gehen zurück, macht ja keinen Sinn, Fackel aus, sonst sehen wir uns noch und einfach zurück erstmal, hier ist er nast, hat wieder gut geklappt. Erledigt. Aber jetzt hier rauskommen ist das Problem, ey. Jetzt haben wir's glaube ich geschafft. Ich könnte was zu essen vertragen, okay. Das haben wir und das haben wir. Meine Güte, ist das eine Lauferei hier. Jetzt müssen wir nur unser Schifflein noch finden. Und wo ist das? Kann man das hier irgendwo erkennen? Wahrscheinlich nicht im Dunkeln, ne? Ne, das ist es nicht. Von hier sind wir nicht gekommen, glaube ich, oder? Ne, das muss weiter nördlich gewesen sein. Kommt da? Ja. Wo ist noch ein rosa? So. Meine Güte, ey. Das geht gar nicht. So, wenn ich jetzt das Schiff mal sehen würde, ne? Was ist das da vorne? Ist das da vorne? Es ist halt dunkel, ne? Man sieht nix. Vielleicht doch weiter südlich. Jetzt machen wir mal Karte gucken. Der uralte ist da. Vielleicht waren wir hier. Ach, ich glaube wir waren da. Wir sind ja fast, ich glaube wir sind schon fast bei unserem Zuhause, wenn wir hier rechts irgendwo lang gehen, ne? Ah, weiter nötlich. Weiter nötlich. Ja klar, da ist noch die Feuerstelle. Na gut, dann gehen wir erstmal direkt zum Zuhause. Da können wir schlafen und dann wird es hell, ne? Warte, ja wo müssen wir noch welche sein? Ah, da. Haben die hier mein Zuhause kaputt gemacht? Nein, ne? Oh, lass uns bloß schlafen, damit es hell wird, ey. So, jetzt können wir hier noch ein paar Sachen lassen, die wir nicht brauchen. Was ist das hier? Tannenzapfen. Okay, Steine können wir mal wegschmeißen. Alle Sachen, die wir hier nicht unbedingt brauchen, ne? Oh, hier, Krautswerken. Ich dachte, das wäre vom uralten. Das muss was mit grün sein vom uralten, ne? Oder hier können wir noch was reintun. Das heißt, uns sind jetzt nur noch die Händler mit dem gebunden. Den Zapfen brauchen wir, glaube ich, eher nicht, ne? So, das heißt, unser Boot ist da hinten irgendwo lang. Da muss ich runter. Ich würde sagen, wir machen aber erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich dann das Boot da schon geholt habe, etc. Und vielleicht mal schauen, ob ich nicht diese uralten Samen besorge, um das, was wir da machen können. Ich würde sagen, bis dann.